Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. Heute habe ich eine Rezept. Bringt die Freude. Weißt du was ist? Das ist einfach, schnell und lecker. Kartoffen, Affel, Eid, Topf. So, machen wir anfangen. Zuerst geben ein bisschen Öl in den Topf. Weiter schneiden die Kartoffeln. Die Kartoffeln in den Topf, ca. 5 Minuten anblatzen. Zuerst schneiden die Aprikose. Die Aprikose sollte fein schneiden. Noch ein bisschen Inwelle reiben. Alle in den Topf geben. Und Tomatenmark. 1 Minuten dünsten. Gürtipufer. Chiliflocken. Kreuzkümmel. Kreuzkümmel. Kurkuma. Kürzdünsten. So, Wasser abdösen. Bisschen Salz und Pfeffer. Einmal aufkoken. Und Heats reduzieren. Zuerst 10 Minuten koken lassen. Jetzt kicken wir erstmal zu. Noch mal 5 Minuten koken. In der Zwischenzeit braten wir Affe. Und Affe in der Pfanne dazu. Jede Zeit, ihr könnt nur 1 Minute braten. So, Affe ist fertig. Weiter schneiden die Tomaten. Nur in den Wurfen schneiden. Und in den Topf geben. Spinner auch dazu. Sojasahne. Kartoffelnstack. Kartoffelnstack mit Wasser einrühren. Und dazu. Ganz einfach, diese Lece fertig. Cool. Jetzt klare Kampan Eisen. So einfach und so schnell und so schöner der. Warum nicht machen? Oder? Muss probieren. Also, vielen Dank für Zuschauen. Bis alles mal. Tschüss. Gefäß dir.